Schritt für Schritt Dateien vom iPhone auf das iPad übertragen. Ich habe auf meinem iPhone eine Mini-KeyPass-Datenbank mit meinen Passwörtern. Nun möchte ich diese Datenbank von meinem iPhone auf mein iPad bringen, ohne Cloud-Dienste zu benutzen. Das mache ich nun mit iTunes. Ich habe iTunes geöffnet. Mein iPad und iPhone sind angeschlossen. Zunächst muss ich die Mini-KeyPass-Datenbank von meinem iPhone auf meinem Mac speichern. Ich öffne mein iPhone in iTunes, gehe auf Apps unter den Einstellungen, scrolle runter zu Dateifreigabe, wähle die App Mini-KeyPass aus, markiere beide Datenbanken, scrolle nach unten und speichere beide Datenbanken auf meinen Mac. Nun importiere ich die beiden Datenbanken vom Mac auf mein iPad. Ich öffne mein iPad in iTunes, gehe auf Apps unter den Einstellungen, scrolle runter zu Dateifreigabe, wähle die App Mini-KeyPass aus und ziehe mit Drag & Drop die Dateien in den Dokumentenbereich der App Mini-KeyPass. Jetzt auf Synchronisieren tippen. Fertig. Prima. Auf dem iPad habe ich nun die gleiche Datenbank mit Passwörtern wie auf dem iPhone. Wer das Ganze nachlesen will, findet den Beitrag auf meinem Blog. Ich freue mich über ein Like oder Teilen dieses Videos. Danke.